Ich freue mich total in Leipzig zu sein. Es ist endlich wieder Zeit, dass wir uns persönlich treffen und meine Erwartungen an den Volkshochschultag sind, dass wir einerseits viel Zeit und Möglichkeit haben uns zu vernetzen. Das sehe ich schon, dass das der Fall ist und ich freue mich besonders tatsächlich auf die Foren, die was mit den Kommunen zu tun haben. Also die Frage von, wie kann man lokale Probleme global lösen oder umgekehrt. Das ist in Mannheim, wo ich herkomme, ein wichtiges Thema, dass Kommunen international sein müssen und das Forum Kommunen Digital morgen, das interessiert mich auch aus diesem Grund.